Musik Mein Name ist Uta Böger und ich möchte Ihnen meine Apotheke in Frankfurt-Griesheim vorstellen. Ich führe die Apotheke nun in der dritten Generation und die Gesundheit meiner Kunden liegt mir am Herzen. Bei Fragen zu Ihren Medikamenten oder Wünschen und Anliegen im Gesundheitsbereich haben mein kompetentes Team und ich immer ein offenes Ohr und beantworten gerne Ihre Fragen. Wir nehmen uns Zeit für Sie. 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 Wir nehmen uns Zeit für Sie.